und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin's debbie begrüße euch ganz herzlich zu den öp nv news ja aufgrund der zartdache dass wir hier unseren großen 20 stunden live stream haben unser 2000 abonnenten special muss sich die news natürlich ein bisschen vorbereiten ein wenig feuer aufnehmen damit sie trotzdem am sonntag ganz gewohnt kommt im bar news zusammen gekommen es sind aber nicht ganz so viele wie im letzten part ich hoffe es reicht euch trotzdem und wir würde ich sagen fangen jetzt direkt an und damit gibt es mal wieder neues vom leitstellen simulator pdp software hat wieder etwas neues veröffentlicht und zwar die app für den leitstellen simulator veröffentlichen wir auch eine app für ios und android so habt ihr auch mobil ein überblick über alle leitstellenfahrten und euer ingame postfach während des spiels könnt ihr die app auch beim fahren nutzen um die kassen und das ebus zu bedienen und euch aktuelle informationen anzeigen zu lassen uhrzeit geschwindigkeit temperatur und vieles mehr außerdem könnt ihr über den funkt die leitstelle kontaktieren falls ihr kein mikrofon am pc habt die exklusive beta startet im dezember 2019 und für ios gibt es noch eine kleine anmerkung für ios steht der bolstädt zu beginn möglicherweise nicht zur verfügung also hier muss man wohl noch ein wenig abwarten es gibt mal neues aus dem ruhrgebiet ein kleines update und zwar der moviepark germany geht in die wohlverdiente winterpause daher hat sich das fahrgastaufkommen automatisch auf die buslinie 267 reduziert also hier ist nicht mehr ganz so viel los das ist nur einfach ein kleiner gag so nebenbei manche noch eingespielt dann ist ein neues addon für den trains im world 2020 erschienen brush traction entwickelte den typ 2 der in die ps sparte von 1000 bis 1499 ps viel und somit für nachrangige personen güterzüge geeignet war die ersten typ 2 locks wurden in den eastern regionen in betrieb genommen fanden aber bald landesweit verwendung da die flotte immer größer wurde nach der einführung von tops wurde sie als br class 31 bezeichnet das ist wie gesagt der neue dlc führt trains im world also schaut da am besten mal rein dann gibt es mal wieder was neues ich finde es klasse ich freue mich da so unendlich darauf am letzten donnerstag wurde der neue trailer vom microsoft flight simulator vorgestellt im trailer zu sehen der riesige hinweis dass es sich hierbei um in game grafik handelt und die grafik kann sich doch mehr als sehen lassen leider gab es hier keine neuen infos außer dass es scheinbar im jahr 2020 erscheinen soll so wurde im xbox game pass spot alle nächsten titel angekündigt welche jetzt in den nächsten wochen monate und jahren erscheinen soll andere titel die erst 2020 erscheinen und da war halt auch der microsoft flight simulator mit dabei das ist ein ganz kurzer trailer der eigentlich genauso viel aussagt wie der letzte trailer aber diese grafik die kann sich doch ich freue mich so unendlich darauf und das wird wahrscheinlich meine simulation nächstes jahr da kommen wir was wolle also das ding werden wir hier auf diesem kanal definitiv anspielen und schaut euch einfach an der liege der bus wird demnächst auch in Ormsi 2 zur Verfügung stehen, der MAN DN 95. Wir hatten ja im letzten Part, in der letzten Folge, euch ein Bild gezeigt, um was sich es hier vielleicht für ein Busmodell handeln könnte. Harlicon hat es jetzt nun selbst aufgedeckt. Dieser Bus hat das Stadtbild Berlins, aber auch andere Städte geprägt, in denen die Sightseeing-Version nach wie vor im Betrieb ist. Mit viel Liebe zum Detail ist dieser Bus entstanden. Wir zeigen heute erste Renderbilder des MAN DN 95. Die Arbeiten an dem MAN DN 95 schreiten voran. Einen genauen Release-Termin und den Preis werden wir in Kürze noch nennen. Es war die Rede von zwei DLCs im November. Mal gucken, vielleicht ist dieser sogar eventuell schon der zweite DLC. Der erste DLC, das waren diese KI-Menschen, der eigentlich schon rauskommen sollte, am 13.11. bis heute noch nicht released wurde. Sehr mysteriös. Ja, Säulen ist dann wohl der erste und das hier könnte eventuell der zweite DLC sein. Wir halten euch natürlich auf dem Laufen, falls das so sein sollte, denn Harlicon hatte ja da irgendwie was so gesagt gehabt. Mal gucken. Wir haben uns schlau gemacht beim Entwickler, bis dato noch keine ruhige Antwort bekommen. Wie gesagt, soweit wir da mehr wissen, erfahrt ihr es hier. Und wir haben ein weiteres Video und zwar handelt es sich hierbei um Trax. Das wundervolle Spiel Trax The Train Set Game ist diese Woche in die Version 1.0 übergegangen. Nach circa zwei Jahren im Early Access ist das Spiel jetzt im finalen Zustand. Ihr könnt das Spiel am PC spielen oder auf der Xbox, denn das Spiel Trax The Train Set Game ist Bestandteil vom Game Pass. Trax The Train Set Game ist ein kleines Spiel, wo ihr eigene Strecken bauen könnt und diese befahren könnt. Wir werden uns das Spiel wohl mal in der nächsten Zeit auch mal anschauen, denn das Ganze sieht doch schon mega, mega putzig aus. Das Ganze wurde jetzt auf der Show von Xbox nochmal gezeigt im Trailer. Wie gesagt, sobald es da mal irgendwie die Version auf der Xbox vorhanden ist, gucke ich es mir gerne mal an. Das Ganze kostet 19,95 Euro auf Steam, falls ihr das Ganze jetzt mal selber testen wollt. Aber so sieht das Ganze aus. Ich freue mich drauf. Und damit sind wir meiner Meinung nach auch schon am Ende der News angekommen. Ja, was sagt ihr zum Flugsimulator? Also das Ding, das wird alles rocken. Wie viel News kann man für den PEDP-Software, den Leitstandsimulator noch raushauen? Was haben die da noch alles im Petto? Und der eine oder andere hat es ja eventuell schon richtig erraten mit dem Bus, der ja hier gezeigt wurde, der MAN DN95. Ist es was für euch oder sagt ihr, alles geschenkt? Ja, brauche ich alles nicht. Dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Und wenn euch das Video wieder gefallen hat, lasst ein Like da. Nur so unterstützt ihr diesen Kanal und dieses Format hier. Und wir sehen uns dann hoffentlich am nächsten Sonntag dann wieder. Vielleicht haben wir dann da wieder ein paar mehr News. Aber das kann ich ja vorher leider immer nie wissen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.